Hallo und herzlich willkommen. Folgen Sie mir heute zu einer kleinen Zeitreise ins Mittelalter. Ich möchte Ihnen einige herausragende Bauten aus der Zeit der Romanik zeigen. Die Romanik herrschte in Deutschland etwa vom Jahr 1000 bis um 1250. Merkmale der Romanik sind der Rundbogen, wuchtige Mauern mit kleinen Fensteröffnungen und eine gedrungene Bauweise. Auf geht's! Die Stiftskirche Gernrode am Nordharz ist eines der bedeutendsten Bauwerke aus otonischer Zeit in Deutschland. Sie wurde um das Jahr 1000 errichtet. In der Stiftskirche befinden sich eine Nachbildung des heiligen Grabes sowie die Ruhestätte des Stifters Markgraf Gero. Musik Wenn man das Innere der Stiftskirche des St. Zyriagos betritt, fühlt man sich um 1000 Jahre zurückversetzt. Insbesondere die prächtigen Malereien und die Nachbildung des heiligen Grabes Christi müssen auf die Menschen des Mittelalters einen gewaltigen Eindruck gemacht haben. Die Pfeiler-Basilika St. Gangloch in München-Lohr bei Nordhausen sind die in München-Lohr entstand um das Jahr 1170. Sie diente als Klosterkirche der Benediktinerinnen. Musik 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 Die Stiftskirche St. Petrus liegt nördlich von Halle Saale und wurde um 1180 fertiggestellt. Sie diente als Erbgrablege der Vetiner. Musik 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 Das ehemalige Benediktinerinnenkloster Drübeck liegt am nördlichen Harzrand. Es wurde erstmalig urkundlich um das Jahr 1000 erwähnt. Das ehemalige Benediktinerin. Das ehemalige Benediktinerin. Die Burg Falkenstein im Harz ist eine hochmittelalterliche Höhlenburg. Sie wurde um das Jahr 1150 errichtet. Die Burg Falkenstein im Harzrand. Das ehemalige Benediktinerin. Das ehemalige Benediktinerin. Die Kirche St. Marien ist die Klosterkirche des ehemaligen Klosters unserer lieben Frauen in Magdeburg. Das Kloster wurde um das Jahr 1000 gegründet. Die Kirche St. Marien Die Kirche St. Marien Die Pfalz Tilleda am Küffhäusergebirge in Sachsen-Anhalt wurde in den letzten Jahren ausgegraben. Teilweise wurden die Gebäude wiederhergestellt. Hier kann man sehr gut erleben, wie früher gewohnt und gearbeitet wurde. Die Kirche St. Marien Die Klosterkirche St. Georg und Pankratius gehörte zum ehemaligen Frauenkloster. Rundstück der Kirche sind die 14 Stuckengel. Die Kirche St. Marien Damit endet unser kleiner Ausflug in die mittelalterliche Welt der Romanik. Wenn Ihnen der Film gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Sie finden hier viele weitere Dokus von historischen Städten. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.